Versicherte erwarten von ihrer Krankenkasse mehr als nur finanzielle Hilfe. Besonders in Krisenzeiten brauchen sie einen echten Partner, der ihre Bedürfnisse versteht. Digitale Angebote spielen dabei eine große Rolle. Die Barmer als eine der größten Krankenkassen Deutschlands hat ihre digitale Experience neu aufgestellt, um ihren Versicherten das Gesundheitsmanagement noch einfacher zu machen. Ihr neues Designsystem erleichtert es, nutzerzentrierte Services zu schaffen, die ihre Mitglieder von überall verwenden können. Mit einer neuen visuellen Sprache, präzise überarbeiteter Ikonografie, hilfreichen Illustrationen, die divers und inklusiv sind, sowie vielen wiederverwendbaren Elementen. Alles mit Liebe gemacht, barrierefrei und einfach bedienbar. Eng verzahnt mit dem Designsystem entwickelt die Barmer ihre beiden wichtigsten Apps neu. Auf Versicherte warten optimierte User Experience, viele hilfreiche Dienste und noch mehr Spaß an der Nutzung, damit sie ihre Gesundheitsanliegen noch souveräner selbst in die Hand nehmen können. Bei der eCare-App stehen die elektronische Patientenakte und sicheres, selbstbestimmtes Gesundheitsmanagement im Fokus. Hier können Diagnose- und Therapiedokumente geschützt, gespeichert und individuell für Ärztinnen und Ärzte freigegeben werden. Ein Medikamentenplaner erinnert an Einnahmen und Dosierung. Alle Gesundheitspässe sind online zur Hand. Willkommen in der Zukunft der Arzt-Patienten-Kommunikation. Die neue Barmer-App wird zum unkomplizierten Kontaktpunkt mit der Versicherung. Mitglieder können Aufgaben schnell online erledigen und dann den Bearbeitungsstatus mitverfolgen. Das neue Postfach ermöglicht sichere und schnelle Kommunikation. Bonuspunkte und Prämien sichern war nie einfacher. Ein zentrales Login verbindet alle digitalen Services und Partnerangebote. Und das ist erst der Anfang. Das neue Designsystem ermöglicht effizientes Service-Design über alle digitalen Touchpoints, zum Beispiel auch den Kundenbereich auf der Website. Alle Design- und Entwicklungskomponenten sind über zentrale Bibliotheken verfügbar. So können beim Design etwa 60% und in der Entwicklung über 40% Arbeitszeit gespart werden. Und die Barmer bringt neue digitale Produkte schneller zu ihren Versicherten. Auch alle zukünftigen. Mit ihrem neuen Angebot bedient die Barmer schon jetzt die Bedürfnisse von mehr als 2 Millionen ihrer Mitglieder. Und die sind so vielfältig wie ihre Lebensläufe. Ihr neues digitales Experience-Design macht sie zu mehr als einer Krankenversicherung. Die Barmer ist Partnerin. Immer und überall.